das ist hier schon Riesenteil Shit So Nazi-Sniper hier Erstmal leveln So Boah Was nehme ich? Was nehme ich? Das könnte halt für später ziemlich praktisch sein Das ist halt die größte Schale Meine das haben wir z.B. Schöllig ausgemacht So Deswegen ist jetzt halt die größte Schöpfling Okay Das sagt man echt Ah, das ist natürlich schon gut Loll Okay, das ist geil Okay Das ist schon ziemlich geil Pass auf, wo du hin trittst Ja, ich habe auch nicht vor Und welche gewissartige Köpfe zu machen Aber die Powerarme möchte ich mir mal entgegen Achso So ein Relativ lauter Scheiß Ah Und Clint war so ein mächtiger Man Und hat die dich nicht betrayed Seht ihr, was meine ich? Ich hatte jetzt z.B. auch diese PTNS Und das fand ich Also die Spawnrate für die ist Finde ich viel zu hoch Und in keinem Verhältnis Natürlich hatte der jetzt auch wieder eine Nicht verhältnismäßig, liebe Freunde Einfach nicht mehr verhältnismäßig Und das gilt jetzt einfach zu unterbinden Irgendwas nützliches Boah, wisst ihr was Das ist doch der Moment Gerade auch, weil es gerade keinen Sinn macht Deswegen speichere ich ja Aber ich hätte schon Lust zu sehen Wie es aussieht Das war's Darf ich den Shit jetzt verschöndet? Na, scheiße Auch wenn es gerade völlig out of nowhere Und ohne jeglichen Kontext Aber Aber Tom Hanks Ist ein geiler Schauspieler Oh, Blatt Ultra Blatt The Moon A Communist Doomsday Device Nice Die Mondkommunisten Nach den Mondnazis Die größte Bedrohung für die USA Die größte Bedrohung für die USA Ich bin nicht ganz- 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 Und ich bin der Ah. 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 Okay. Ah. 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 Okay. Ah. Nein. Da ist ja noch was gewesen. So. Information. Steinbruch. So. Ah. 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 Ah.